Was geht, meine lieben Junges? Ja. Warum ich euch so genannt habe, warum dort hinten ein Hund liegt und vieles mehr, das erfahrt ihr jetzt. Jetzt müsste theoretisch so ein richtig spektakuläres Intro kommen. Wir machen am besten so eins. Okay, kann mir niemand was erzählen? Ich würde sagen, das war ziemlich gut. Also, passt auf Leute, es ist folgendes. Das hier ist erstmal eine Folge Jonas. Wer das Format nicht kennt, der sollte sich mal schämen. Nicht Spaß, das ist so ein freier Antwortformat, wie eigentlich jeder andere Filmstümer auch macht. Es ist jetzt so, passt auf, ich bin arschkrank. Also, ich bin wirklich richtig krank. Ich habe gerade eben wieder random Nasenluten bekommen, weil ich so mega erkältet bin. Kann man vielleicht auch an meinen bisschen gereizten Stimmbändern hören? Hallo! Das war mega attraktiv. Also, das nochmal mit der Zeitlupe. Hallo! So bin ich nun mal. Wie dem was sei, aber ich habe so eine Kämpfermentalität. Also, eigentlich nicht, aber heute schon. Und deswegen dachte ich mir, hey, machst du trotzdem ein Video, weil ich brauche ja das Geld. Nein, Spaß. Wie dem auch sei, ist eigentlich egal. Jedenfalls habt ihr mir, ja genau, ihr habt mir ein paar Fragen gestellt und die werde ich jetzt verantworten. Achso, und warum halte ich die Kamera eigentlich in der Hand? Weil ich mein Stimmband so ein ganz klein bisschen kaputt gemacht habe. Das kann jedem Profi mal passieren. Seid mir nicht böse, aber das passiert mal. Deswegen halte ich euch heute die ganze Zeit in meiner Hand, ja. Ihr seid fest in meiner Hand und ich passe gut auf euch auf. Meine Kleinen, Süßen. Na, kommt mal mit. Was hast du besonders? Hashtag fragdena. Oh, Digga, ich schwöre, was ich richtig hasse, ne? Ich schwöre, das kennt jeder, das kennt jeder Mensch, das kennt jeder Alien, das kennt jedes Tier. Guck mal, du hast so ein Handy, du hast so Auflöp-Kabel am Abend, bist du so richtig müde, willst nur relaxen, müde im Bett sein. Und dann bist du halt so richtig fertig. Ja, hast dann so ein bisschen mehr Jack-Clean geschrieben, Chantal, Album und Drang, Gang, Beste, Alter. Und dann willst du dein Handy anschließen, so alles Beste. Und guck mal, dann wachst du am nächsten Morgen auf und dann willst du wieder so gucken, bleib geschrieben. Und dann merkst du erst, Junge, das Kabel war nicht richtig drin, nicht richtig drin, Alter, du hast nicht getroffen, Alter, wie ich schon eben, Mann, du lockst nie richtig ein. Jo, dein Leben ist einfach am Arsch, du weißt nicht, was du tun sollst, alles kaputt, Junge, dein ganzes Leben. Guck mal, ich schwöre, Alter, das ist alles, Junge, nicht, nur weil du nicht getroffen hast. Ich schwöre, Alter, das schlimmste überhaupt, schlimmste. Nein, ganz im Ernst, Leute, die kommen auf euer Leben klar. Das ist, Junge, das ist ein First-World-Problem vom feinsten, wen juckt sowas schon, ganz ehrlich, dann keine Ahnung. Ein echtes Problem ist, wenn man kein Essen hat, kein Trinken, kein Dach über den Kopf, das sind echte Probleme. Und ganz ehrlich, das Einzige, was ich wirklich hasse, ist, wenn ich unglücklich bin. Das ist auch das, was, glaube ich, jeden unglücklich macht, wenn man unglücklich ist, das ist ja auch logisch. Ja. Hashtag fragdena, freust du dich schon auf dein Leben als Rentner? Rentner, Alter, das wird nur T geschrieben. Tja, mein Leben als Rentner, ganz ehrlich, ist doch eigentlich voll chillig. Wisst ihr, was ich mich manchmal frage, ist es eigentlich so, dass man als ältere Person, ja, sagen wir mal so mit 60, 70, dass man dann andere Leute im gleichen Alter noch attraktiv findet? Weil ich frage mich so, wenn ich 70, 80 bin und Single, ja, kann ich dann eigentlich so andere 70, 80-jährige Grandmas aufreißen? Weil, Junge, wenn ja, ist doch Rentnerzeit die beste Zeit, Alter, überleg das mal. Man hat richtig viel Zeit, wenn man was im Leben richtig gemacht hat, hat man auch richtig viel Geld. Und, Junge, ganz viele Single Grandmas. Ey, was gibt es Besseres? Hashtag fragdena, wie lange bist du schon mit Katie zusammen? Äh, ich komme auf diese Frage gerade gar nicht klar. Who the fuck is Katie, Alter? Ich kenne keine Katie. Warum sollte ich denn mit dir zusammen sein, wenn ich nicht meine Katie kenne? Hallo? Macht ja keinen Sinn, Alter. Digga, denk doch mal nach, bevor du dumme Fragen an mich stellst, an mich persönlich. Wer ist Katie? Magst du Fußball? Hashtag fragdena. Ja gut, Fußball kann ich, das mag ich nicht nur, das kann ich sogar richtig gut. Ich hatte sogar früher mal einen Fußballkanal. Ohne Witz, sogar mein Hund kann besser Fußball als ich. Guck hier. Ali? Guck wie der dribbelt. Das kann er besser als ich. Ist echt deprimierend manchmal. Hashtag fragdena. Nerven dich die Fragen, ob du mit Katie zusammen bist? Ja. Ich meine, natürlich nerven die Fragen. Ich weiß nicht mal, wer Katie ist, okay? Und dann fragen mich dauernd die Leute, hey, Dena, hey, Jonas, Dena, Jonas, was auch immer. Bist du mit Katie zusammen? Ich meine, ich weiß nicht mal, wer Katie ist, okay? Vielleicht soll ich dir Leute einfach sagen, ich wäre mit Katie zusammen. Ich meine, dann sind alle zufrieden. Ja, okay. Ja, ich bin mit Katie zusammen. Ja, das da ist Katie. Hallo? Hi, Katie. Hey, Katie. Wir sind jetzt zusammen. Hallo? Katie. Das sind Katie und ich und das ist unser Boyfriend-Tag. Wann haben wir uns kennengelernt, Katie? Hä? Katie. Katie ist ja schüchtern. Alles klar, Katie. Hashtag fragdena. Wie groß bist du? Das ist eine sehr interessante Frage eigentlich. Laut dem YouTuber-Wiki bin ich 1,95 groß. Ich. Ha, alles klar. Ich frag mich überhaupt, wie dieses YouTube-Wiki darauf kommt, dass ich so groß bin. Ganz ehrlich, ich glaube, die Redaktionen von denen, ja, die sitzen da einfach und tippen random irgendwelche Größen ein. Ja, guten Tag. Wir sind die YouTube-Wiki-Redaktion und wir tippen heute mal, wie groß die einzelnen YouTuber sind. So, die Dagi, die ist bestimmt so 2,10 Meter groß. Die sieht in ihren Videos immer groß und fett aus. Äh, der Ju von TV. Den geben wir mal 1,95. Der ist ja auch ein Riese. So, und der nennt's der Gronkh. Der ist nicht größer als 1,20. So, wunderbar. Ich hab echt keine Ahnung, wie die darauf kommen, aber ganz ehrlich, ist echt so. Könnt ihr mal nachgucken. Guckt das einfach mal auf deren Website nach. Ich bin echt angeblich 1,95 groß. Alles klar. Gibt es Videos von dir, die dir im Nachhinein total peinlich sind? Hashtag fragt Dena. Was? Ich? Was? Ich? Ach, nein. Alles, was ich bisher produziert habe, war High-Quality-Content vom Feinsten. Ich mach doch nix Peinliches. Okay, wollt ihr einen kurzen Ausschnitt sehen? Ich gönne euch nochmal einen kurzen Ausschnitt aus meinem ersten Musikvideo von damals. Viel Spaß damit. Die Leute, die das sahen, Ju, die waren deine Fans. Das Einzige, was du noch hörst, ist... Das ist echt voll Spam. Ich gebe dir nun einen Tipp von Buddha zu Buddha. Danke, ich weiß, es war ziemlich geil. Danke, danke. Oh, danke, 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 danke. Ja, meine Freunde, ich setze mich hier mal gerade ein bisschen hin. Ja, das ist voll gemütlich hier. Oh. Ich mach nur Spaß. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute echt ziemlich fertig, weil mich die ganze Erkältung ein bisschen fertig gemacht hat. Und deswegen hab ich gedacht, mach ich heute mal ein bisschen verrückteres Jonas-Video. Das war's also auch schon wieder mit den Fragen. Ich hab neun Fragen von euch vorgelesen und, glaube ich, keine einzige davon ernsthaft beantwortet. Das muss man auch erst mal schaffen. Ja, da muss man an der Stelle, muss man mich mal für loben. Dankeschön. Ja, aber war halt ganz spontan und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Bevor das Video jetzt endet, möchte ich aber gerne ganz kurz auf was hinweisen. Das mach ich jetzt mal hier im Liegen. Okay, doch nicht. Und zwar haben meine beiden Freunde Lars und Dan vom Kanal SceneTechTV endlich nochmal ein Video hochgeladen, was die nicht sehr regelmäßig schaffen. Dann müsst ihr noch ein bisschen üben. Nehmt euch mal ein Beispiel an, zum Beispiel JufonTV. Ne, die beiden haben jetzt zuletzt nochmal ein Video hochgeladen und zwar über die Background-Information und über ein bisschen Behind-the-Scenes von dem großen Projekt Oberoben. Ein Projekt, wo ich auch eine etwas größere Rolle bekommen habe. Das wird mega witzig einfach. Da kann man sich wirklich auch als eingeschweißter Fan, aber auch als einfacher Zuschauer wirklich richtig drauf freuen. Das wird ein richtig cooles Ding und deswegen kann ich euch das Video nur empfehlen. Ist wieder mal eine Empfehlung des Hauses Jufon hier. Milord. Und wer braucht gerade mal vorbeizuschauen, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gleich kommt noch ein kurzer Ausschnitt. Das war's also von mir. Ich melde mich ab. Euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich weiß, heute ist gar nicht Sonntag, aber ey, man kann den Leuten ja mal einen schönen Sonntag wünschen, wenn's geht. Also euch jetzt einen schönen Sonntag noch und bis dann. Ciao, Leute. Jetzt kommt noch der Ausschnitt. Also nicht wundern, jetzt kommt noch der Ausschnitt. Oh. Mhm. Hi und willkommen am Set unserer neuen Comedy-Serie Oberocken. Wir haben schon seit langem vor, ein richtig großes, aufwendiges Projekt zu starten, in dem wir euch zeigen können, was wir so alles auf dem Kasten haben. Dabei setzen wir auf Leute, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Leute, die wir in- und auswendig kennen. Wie unsere Familie. Nicht wahr? Ähm. Thomas.